hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen runde friday the 13 wir sind schon wieder in einer lobby drin natürlich im vorfeld ausgewählt und wollen jetzt gerne mal schauen dass wir ins spiel kommen so sieht es auch aus wir starten eine random map in 4 3 2 1 0 es wird Pekanek werden hier sieht man auch schon das schöne gebäude von innen die Pekanek Lodge der tipp jetzt kiki kiki mama anstatt so da sind wir schon drinnen mit über 900 millisekunden das ist ein wenig seltsam aber es regelt sich langsam aber sicher runter so dass wir gleich auch ein vernünftiges spiel starten können in 3 2 1 und go Pekanek Lodge 1984 und es ist der alte Jason doch wir sind wieder Mr. Riddell ja das freut mich auch WTF ist passiert ja wir haben hier gleich schon ein häuschen vielleicht sollten wir da einfach mal in reinschauen und gucken ob wir da irgendwas nützliches finden zum beispiel eine karte oder ähnliches wir hängen fest was ist nun los oh the host has left the game the host has left the building ja Mist egal wir machen direkt gleich wieder ein quick match im moment habe ich auch das gefühl dass man relativ schnell in eine session rein kommt das waren wahrscheinlich die anfänglichen probleme gewesen die halt mit jedem neuen spiel so sind was gerade auf den markt gekommen ist wir können auch mal eben bei customization reingucken denn wir haben ja level 6 cancelers haben wir oh seht ihr da sind wir schon drin loading für so die machen wir wieder alle aus die wollen wir gar nicht hören und wir sind ready und es geht gleich nach Higgins Haven 30 Sekunden noch ich hoffe mal der Host disconnectet hier nicht auch schon wieder das wäre ziemlich unspektakulär noch ziemlich blöde 13 12 11 yeah gleich gehts los gleich gehts los ready or not here I come 2 1 0 Higgins Haven oh da sitzen sie alle am Campfire und singen wahrscheinlich den Campfire Song Song das Lagerfeuer- äh Lagerfeuer-lied-lied-lied-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-laden-lad Das muss jetzt nicht sein. Und... 5... 4... 3... 2... 1... 0... Gerade ist wieder jemand abgehauen, ich hoffe das war nicht der Post. Higgins Tape. 19... 4... Abgeben wir uns ausgenommen, nicht verlängst. Das waren nicht wir. So... Noch eine. Okay, hier haben wir gleich ein Haus hin. Was ist passiert? Wir machen das Fenster rein. Ich weiß noch nicht warum wir das machen, wenn wir das Fenster rein klettern. Aber... Zum Beispiel wenn wir die Tür öffnen, ne? So... Wir... Möchten den Past-Verschläger haben. Und hier ist einmal wie Gas. Wir können auch mitnehmen... Ne... Past-Verschläger. Wir können direkt um Gas. Ich möchte lieber eben... Die Schränke durchbauen. Oh... Etwas Ablenkung. Das ist natürlich auch gut. Okay... Und jetzt... Jetzt... So... Könnt's gerne machen was er wollt... Und... Schürschen! Ja, das Auto ist hier ganz in der Nähe, aber entsprechen würde ich auch fast glauben, dass Jason gleich irgendwie in der Nähe ist. Und jetzt hier rein. So wie er sich das erste Mal porten kann, wird er wieder neben uns stehen. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Da ist nichts und... Oh, Machete. Ich finde den Baseballschläger irgendwie gerade ein bisschen besser. Ich weiß ja auch nicht, womit das zusammenhängt, aber das ist jetzt einfach mal meine subjektive Wahrnehmung, dass ich ihn gerade für diesen Augenblick besser finde. Oh, da habe ich doch was gehört. Was macht ihr da? Ach so, wir bauen da die Herrenpfanne und wieder auf und wieder ab und wieder auf und wieder ab. Können wir noch in den Streitwisch? Ja, können wir. Da ist nichts drinne. Dort haben wir auch nichts. Macht ja nichts. Das ganze Spiel haben wir schon mal gefunden. Ich glaube, ab jetzt kann er sich durch die Gegend porten. Das Wasser ist krankhaft so, als wenn sich da jemand drinnen bewegen würde. Also möchte ich lieber nicht gucken. Wir laufen jetzt einfach mal hier entlang. So. Schauen wir mal kurz nach. Da sind wir gerade da. Noch schnell langsam laufen jetzt gerade frei. Dann lädt sich unser Stang dann wieder auf. Und wir spülen uns doch gleich wieder etwas wohler. Vor allem haben wir noch ein Blatt im Haus. Wollen wir mal direkt gucken, wo wir da was finden. Oh, unsere Connection heißt, oder die vom Post, oder keine Ahnung. Ja, unsere Connection ist eigentlich ganz in Ordnung. Passabel. Ähm, nee. Ich möchte wieder genau an ihr mit den strengeren Warenkarten. Sehr schön. Dort ist nichts. Jetzt gerade auch nicht. Oh, ich habe die Musik. Ist das jetzt so gut? Oh! Weg, 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 weg! Jetzt muss ich sagen, dass wir der Erste sind. So. Wir haben ihn jetzt. Wir sind das abgelenkt. Teilweise. Wir sind immer noch hinterher. Boah, wir werden das nehmen. Wir sind immer wieder weg. Nein, nein, nein. Wer nicht! Ach, scheiße! Alles verkeh, klar. Das war so klar. Ah, du Dreckzack! Das Dreck schon. Nee, so ein dummer Penner. Ja, er ist weg. Jetzt füllt die Person hier, die Mocker. Wir können durchs Kuglauch mitbekommen. Ja, z.B. ich will auch gerne mal gucken. Oh, 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 da passiert doch was. Jetzt darfst du dich in deinem Arm gucken. Ich hab das auch gesehen. Er bleibt direkt vor dem Kuglauch. Willst du da jetzt echt drinbleiben? Der weiß, dass du im Haus bist. Oh, oh, oh. Der kommt von links weg hier. Ziemlich das Körper. Steht auf jeden Fall gerade die Tür ein. Vorher hat die Fenster eingeschlagen. Oh ok, jetzt ist das halt durchgeknökelt, oder? Doch, boah, 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 boah! Doch, wo ist das? Mit einem einzigen Zwerden? Das ist ein schönes Ende. Nicht so lange, wenn ich hier drinnen bleibe. Also da finde ich, war unser Hut zumindest, ja wie soll ich sagen, spektakulär oder sowas. Und zwar irgendwie selten ähnlich, da einfach drinnen zu bleiben. Seek and Destroyed. Gesucht und zerstört. Ja. Ist ein bisschen ärgerlich, ne? Ah, aber vielleicht können wir, genau, Leave Match. Wir können aus dem Match raus, ja. Dann machen wir das diesmal auch. Ich hoffe, wir kriegen unsere Erfahrungspunkte und ähnliches trotzdem. Und dann suchen wir uns direkt wieder auf Quick Match raus. Vielleicht haben wir ja das Glück und können schnellstmöglich wieder in ein neues einsteigen. Weil... Einfach nur mal um die Zeit ein wenig zu überrücken. Ich möchte mal ganz gerne gucken, wie das so funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das wird sich dann ja in dem Falle zeigen. So, sonst gehen wir dann nochmal wieder auf Customization. Auf die Councilors. Das ist die haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Die haben wir, glaube ich, mit Level 6 jetzt freigeschaltet. Und... Da können wir ja auch erstmal die... Perks und Banking. Einmal das Stealing. Und... 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 Wir möchten die Profile gerne so setzen. Spot References ist immer noch die gleiche. Und wir kommen auch schon wieder in ein Spiel hinein. Dann lass uns mal schauen, liebe Leute. Roger. Du wirst noch nicht fassen. Und jetzt. Hallo. Danke schön. Und... Ready. Ready for random. Ja, bisher haben wir nur einmal überlebt. Ich glaube ich. Ja, ich glaube das war nur einmal. Und zwar. Als wir mit dem Boot geflüchtet sind. Und wahrscheinlich haben wir diesmal nicht überlebt. Weil wir so doof waren. Dass wir nicht einfach mal weiter gegangen sind. Und... Beispielsweise... Ähm... Ja, wie soll ich sagen. Das mit dem... Mit dem Auto gemacht haben. Werden wir mal nächstes Mal probieren. Einmal nur um das auch hinzukriegen. Weil ich weiß jetzt nicht inwieweit da diese Quicktime Events sind. Wie das Ganze funktioniert. Aber... Das sollte ja kein Problem sein, dass wir das baldigst herausfinden werden. Wir sind wieder packen und launcht. Mit ein paar Leuten. Loading. Überall steht loading. Ja... 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 Playstation... It's another game. It's loading. Oh... Oh... Wir sind auch noch am Laden. Oh... 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 Wir haben auf jeden Fall keine Missile. Das bedeutet, er ist wohlmania. Aber dasYeust。 Werden Jason signiert. Packback Logged 1984 Und jetzt dürfen wir mal wieder als Jason zuschlagen. Find them Jason. Make them pay for what they did to us. Ja Mutti, das machen wir. So, wo wollen wir denn hin? Wie wär's denn mit... Hier? So, dann. Hm. Hier scheint doch niemand zu sein. Okay. Wir brauchen nach vorne noch zu sein. Wir hätten ja eine Leitlocke fest. Und da war der Klaus. Das klingt auch so, als ob wir hier die ganze Zeit durch den Matsch laufen würden. So. So. Dann möchtet ihr jetzt etwas aufmachen. Das hängt jetzt an. Ist das Klaus für den Boot? Nee. Ja. Aber wir können uns wieder porten. Wir gehen einfach mal zum Auto. Direkt zur Packback Launch. Lönige Feinde. Aha. In jedem Haus sind Leute drin. So. Gucken wir da nochmal nach. Hallo Feinde. Jason ist hier. Jason ist hier. Hallo Freunde. Ehm. Ich hab doch jemanden gehört. Und... ...weil die Tür auf der anderen Seite einhauen. So. Niemand denn drin? Nee. Ah. Aber wir wissen jetzt auch nicht, wo sie hin ist. Aber wir haben gehört. Das ist ein Mädelmann. Macht gar nichts. Werden wir schon mal finden. Ja. Wo seid denn? So. Die Metterchen. Ist doch auch was Feindes. So. Dann stellen wir den Sinn aus. Und wir sammeln das nächste Messer hinein. Und da hinten sieht man, da scheint sich was zu bewegen was. Oder nicht. Auf jeden Fall scheint es hier wieder viel zu geben. Da irgendwelche Messer dazu. Oder die sind dann drin in dem Haus. Und da hinten. Drei Leute. Ja. Ja, komm zurück. Das war's für heute. Oh my god! He's killing us! Jace is alive! We're in the next house! No problem! There we go! And there we go! And there's another one! Then we'll start this as first! Hmm... I'm not getting trapped! What do you do? So... Hehehe... So... So... Hello... Hello... ... ... ... Okay... So is it now... ... from the front... ... or... ... ... ... ... ... ... ... ... So... ... ... ... Oh ja. Wo ist das denn hier? Hm. Ich komme mal hier. So. Ich muss doch hier mal raus auf den Schwung bleiben, so klein wie ich hab. Lauf weiter. Okay. Ich versuchte sich da irgendwie zu... Was ist das denn, was da ein Niederwilfe 4 auf dem Kopf hat? Was ist das denn? Ah, nützt. Nützt alles weg. Ich dachte wir hätten immer noch ein Nester. You want some more? Rise. Come on, rise. Kill them. The other way. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Du bist hier hinten raus. Kannst du bleiben? Hm. Bisschen mal die Tür einklopfen. Hallo? Dann ist er. Jason, mein Junge. Do you know what your gift is? No matter what they do to you. You cannot die. You can never die. Die Tür einklopfen. Ah, komm her! So, die Tür einklopfen. Dann ist der Range endlich fertig. Die Tür einklopfen. Das ist der Range. Der Range ist echt raus jetzt. Ach komm schon. Das hat ein Fillsack. Dann gucken wir mal hier beim Auto. So. Und da vorne. Und ein bisschen schneller. So, die Tür einklopfen. Das wird nicht gleich so. So. Das ist mein Gegen. Das ist mein spezielles Junge. So. Die haben wir schon Mal. Oh, die ainklopfen. Das können wir auch gleich wieder mitnehmen. Und dann gucken wir mal die genaue Karte. Wo könnte man denn noch fliehen? Da waren wir gewesen, da hinten. Was ist denn hier so los? Aha. Terror. Und einer. So? Hallo? Na gut. Idiot. Na. Was ist das? Was ist das? So. Du kommst dann nicht am Wasser aus der Land. Na, willst du schießen oder was willst du sagen? Jetzt geh auf. Was ist das? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Okay. Was ist das jetzt? Was ist das? Hier? Okay. Hilfe! Oh Gott! So. Ja. Das ist mein Jason. Das ist mein spezieller Junge. Das ist mein spezieller Junge. Ach, hier. Dann drehen wir noch mal ein bisschen über die Gegend. Ah, tack, tack, tack! So, ja. Okay, da ist er gerade. So, ja. So, ja. Im Fernsehen ist es aus da. Ne. In die Richtung. Hallo Freunde. Ah, hier soll ich hin? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Komm her. Na, her mal vor allem. Habt ihr? Ich frag mich was. Jetzt zeig uns, dass es überhaupt war. Jetzt können wir natürlich durchgehen, wenn wir im Kreis bleiben. So, da machen wir jetzt so nicht weiter. Oh Gott. Das war's. So, dich kann ich nicht mehr. Oh, das tut mir niemand hin, das warst du nicht mehr Zeit. Das kriegt sich. Ja, das machen wir doch, Mordi. Sie sind alle gestillen, die sich abläuft. Geh auf, Jason! Find them! Kill them! Geh auf, Jason! 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 So. So, ich war schon mal frei. Die haben wir doch auch nicht mehr, der. So. Genau, stopp, einfach weiter vor uns, ja. Wir halten das eh nicht durch. Wir werden hier nur im Kreis. Ja. Das haben wir wohl gestanden. Ja. Help me! Please! Anyone! Ja. Was ist das? So. Radio ist auch kaputt. Wo wollt ihr denn gehen? Sie wollen einfach gerade nur überleben. Okay. Sie sind wieder im Haus. Oder nicht rein. Sie sind wieder im Haus. Sie sind wieder im Haus. Sie sind wieder im Haus. Ah, wir haben noch beiden mehr als Zielgeräusch. Jetzt gibt es heute wieder jemand irgendwie bei der Maus, wenn wir das von jedem im Feld stellen könnten. So, das macht dich voll und dann können wir... ...dann gehen wir noch raus, das sind wir nicht. So, jetzt geht es zum Auto. Jetzt scheint unseren Schritt bisher nicht aufzäumelig gut zu machen. So, rein! Wir müssen noch ein Trepp. Ich bin jetzt nicht leicht. Guck mal, da mal rein. Ich bin jetzt nicht viel Zeit. Wir haben nur vier Verlachtungen gemacht, schade. Das war wirklich schade. Aber egal. Halber Erfolg. Das ist ein halber Erfolg für uns. Kommt nach Hause, sweetie. Tja, ich stehe jetzt. Kommt nach Hause. Hahahaha. Der Stand ist leider nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Bisschen ärgerlich. Aber macht ja nichts. Es war eine nette Runde gewesen. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, ja, die die überlebt haben, haben es vermutlich auch verliebt. Oh, ist das sogar jemand escaped? Also, ah, genau. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber jetzt in diesem Falle, wir haben alle Obhau. Lauflos. Das ist auch neuer. Bis dann. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.